Hallo, ich war fett bei dm shoppen. Ich habe hier zwei Preise für die Spüten und ich hatte euch das auf Twitter geschrieben und so viele wollten ein Haul sehen. Also ich war echt überrascht, wie viele das interessiert hat und deswegen dachte ich, nutze ich mal die Chance und drehe euch ein Haul und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Ich muss dazu noch sagen, dass ich eigentlich nicht so ein Großeinkäufer bin. Also ich bin eigentlich immer diejenige, die so ein bisschen geizig ist und dann eher nur so ein paar Sachen kauft oder die Sachen, die ich halt wirklich brauche. Und ja, dann halt öfter mal hingehe und nicht einmal, auf einmal so viel kaufe, weil dann kriege ich irgendwie immer so ein schlechtes Gewissen. Aber dieses Mal brauchte ich ein paar Sachen und es sind dann noch viele Sachen dazugekommen und es lohnt sich eigentlich schon jetzt ein Haul zu drehen. So, ich würde sagen, ich fange mal mit der Pflege an und keine Angst, ihr werdet jetzt keine Wattestäbchen oder Wattepads sehen, denn ich habe keine gekauft. Yeah! So, ich fange mal an mit einem Reinigungsschaum und zwar ist das der Alverde Reinigungsschaum 3 in 1 Limetteapfel, Beauty and Fruity für normale und Mischhaut. Und ich habe ja Mischhaut und ich mag Reinigungsschaum eigentlich immer ganz gerne. Ich denke, den werde ich dann halt morgens irgendwie unter der Dusche benutzen oder so. Oder ich schaue auch mal, ob ich abends damit das Make-up, nachdem ich das halt mit Wattepads entfernt habe, noch besser runterkriege dann. Und dann habe ich mir noch ein Waschgel gekauft und zwar das Aqua Waschgel Meeresalge, reinigt und erfrischt, normale Mischhaut. Und ja, da bin ich auch mal sehr gespannt. Es riecht jetzt nicht besonders, also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, oh lecker oder so, sondern halt so ein bisschen Naturkosmetik halt. Aber das stört mich nicht, weil ich meine, es rieche ich 5 Sekunden und dann ist es runter und was habe ich davon, wenn es toll riecht, habe ich auch nichts von. Falls es euch interessiert, was ich davor benutzt habe oder was ich momentan noch benutze, ich benutze da so eine Reinigungsmilch von Nivea und das Waschgel Effaclar von La Roche-Pasay, also aus der Apotheke, ist halt ein bisschen teurer. Hat mich jetzt zwar sehr lange gehalten und ich bin auch sehr zufrieden, also das kann ich euch auch sehr empfehlen, falls ihr ein paar Pickel habt oder so. Aber ich wollte jetzt einfach nochmal was aus der Drogerie probieren. Dann habe ich eine Gesichtscreme gekauft und zwar die Mandelgesichtscreme von Veleda, wohltuende Gesichtscreme, ähm, äh, weiterlesen, ja genau. Beruhigt und schützt, mindert Hautirritationen und zwar habe ich davor ja die von Balea benutzt, die Urea, die finde ich auch ganz gut, ist halt ein bisschen günstiger. Aber ich wollte jetzt einfach mal wieder etwas, etwas Hochwertigeres investieren und zwar fände ich hier nämlich besonders gut, dass hier echt nur wenig Inhaltsstoffe drin sind, die auf Deutsch hin geschrieben wurden und man halt auch weiß, was drin ist. Und, ähm, ich halt momentan einfach so denke, dass diese ganzen billigen, äh, Kosmetikprodukte zwar teilweise, wo man denkt, oh, die sind ganz gut, aber dann gucke ich mir die Inhaltsstoffe an und weiß, äh, vielleicht von zwei Sachen, was es ist oder so. Und das ist halt so eine Liste und ich weiß halt nicht, was ich mir aufs Gesicht klatsche und deswegen, ähm, habe ich da ein deutlich, äh, besseres Gewissen. Und ich habe die vorhin schon mal so ein bisschen aufgestrichen und jetzt, die Konsistenz ist einfach mega, mega geil und ich glaube, die pflegt richtig, richtig gut. Und das ist halt auch sehr viel Mandelöl drin, was ich auch sehr gut finde. Okay, genug gelabert. Ich habe mir dann noch ein Duschgel gekauft, weil ich kann nicht ohne Duschgel aus dem DM gehen. Wen geht's genau so? Schreibt's in die Kommentare. Und zwar habe ich mir diesmal das, äh, Balea Duschgel mitgenommen, Kokos und Nektarine. Ich mag Kokosduft eigentlich momentan ganz gerne. Und das riecht irgendwie wie so ein schöner Sommercocktail und erinnert mich an Sommer, was ich bei diesem Wetter echt gut gebrauchen kann, weil draußen liegt bei uns so dick Schnee. Dann sind wir auch schon bei der zweiten Tüte angelangt und da ist mehr dekorative Kosmetik drin, was vielleicht einige von euch auch mehr interessiert. So, jetzt habe ich einmal zwei Nagellacke gekauft. Einmal den P2, P2, was habe ich gerade gesagt? P2 Rich & Royal. Den habe ich zwar schon, aber der ist von der Qualität schon so alt und lackiert nicht mehr gut, deswegen habe ich mir den jetzt nochmal neu gekauft. Denn ich wollte unbedingt wieder taubefarbene Nägel haben, weil taube, könnt ihr euch noch daran erinnern, als taube so mega gehypt war. Ich glaube, das war 2012, Anfang 2013. Wir haben einfach alle taube getragen und ich hatte jetzt wieder Lust auf taubefarbene Nägel. Deswegen habe ich mir den Rich & Royal geholt und der lackiert, also den habe ich auch schon aufgetragen. Der deckt echt in einer Schicht, wenn man ihn ein bisschen dicker aufträgt. Und dann habe ich mir noch den Essie Good2Go Topcoat geholt, weil ich hatte davor den von Essence, den Fast Dry Better Than Gel Nails Topcoat. Der war so gut, also das war mein Lieblings Topcoat und ich verstehe nicht, wieso sie den aus dem Sortiment genommen haben. Warum? Ich verstehe es einfach nicht und von dem hier habe ich relativ viel Gutes gehört und ich hatte halt schon viele Topcoats und ich war von vielen auch echt enttäuscht, weil ich hatte das Gefühl, dass manche einfach den Nagellack noch langsam trockener machen, also ich verstehe schon, was ich meine. Auf jeden Fall, ja, kurz gesagt habe ich mir den geholt, habe den gestern auch schon aufgetragen. Ich muss sagen, ich bin echt ganz zufrieden, obwohl ich den von Essence glaube ich immer noch ein bisschen besser finde, weil der den einfach so schnell trocken gemacht hat, den Nagellack und ich konnte da echt schon so drauf fassen dann hinterher. Und hier ist jetzt ein bisschen länger gedauert, stört mich aber nicht und der hat auch einen schönen Glanz gemacht. Und bis jetzt ist noch nichts abgesplittert, obwohl ich den auch gerade erst aufgetragen habe. Dann habe ich mir ein neues Make-up geholt und zwar das von Catrice, das All Matte Plus Shine Control Make-up in der Farbe Sun Beige und hier sind ganz viele Fussel dran. Auf jeden Fall passt es ganz gut zu meiner Hautfarbe, also im Laden jedenfalls. Ich bin gespannt, wie es dann so ist. Aber ich habe von dem ja schon viel Gutes gehört und deswegen habe ich mir das mitgenommen, weil mein anderes von Catrice, das Photo Finish, die Photo Finish Foundation, ist jetzt alle geworden und meine Farbe gab es nicht mehr. Und deswegen habe ich mir das mitgenommen. Dann habe ich noch einen Lidschatten mitgenommen und zwar ist der auch von Catrice, der Liquid Metal Eyeshadow in der Farbe Nougat It Bright. Und diese Reihe, also diese Lidschatten aus der Reihe sind so schön. Also wenn ihr bei DM seid, bleibt ihr da auch immer für ein paar Minuten stehen und guckt euch einfach nur diese Lidschatten an, weil die so wunderschön sind. Das ist halt dieses mit diesem Schlangenwellenmuster, also so, ich weiß nicht, ihr seht das ja. Und ich konnte mich einfach zwischen den Farben nicht entscheiden. Jetzt habe ich letztendlich einfach so ein dunkles Braun mit so einem schönen goldigen Schimmer mitgenommen, weil das kann man einfach übertragen und so eine Farbe hatte ich jetzt auch noch nicht, obwohl ich relativ viele Brauntöne habe. Und ich hatte den eben auch schon so ein bisschen geswatcht und ich bin sehr begeistert bis jetzt. Und dann kommen wir. Ne, gar nicht. Dann habe ich noch eine Mascara gekauft und zwar die Catrice Lashes to Kill, weil ich von der richtig viel Gutes gehört habe. Ich hoffe, ich habe jetzt die richtige mitgenommen. Ich habe jetzt einfach die pinke genommen. Aber da gab es drei verschiedene. Einmal wasserfest, dann die pinke und einmal die grüne. Drei verschiedene, ne? Übers Bescheid. Und letztendlich habe ich dann einfach die pinke mitgenommen, weil ich glaube, es war die pinke, die so gut war. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben. Und die Bürste ist einfach so, ja, ganz normal, relativ klein. Kommt man, glaube ich, auch ganz gut... Ich schiele ich so. Damit kommt man, glaube ich, auch ganz gut an die untere Wimpern dran. Und ich bin mal gespannt, wie die ist und ob die wirklich so gut ist, wie alle sagen. Auf jeden Fall war die auch nicht so teuer. Ich blende übrigens die Preise hier nochmal überall ein. Dann wüsst ihr Bescheid. Und ja. Guck mal, sieht aus, dass da einfach so ein Käfer drauf ist. Ich bin so bescheuert. Okay. Dann habe ich noch einen Frühstücksbrei mitgenommen. Und zwar der von Alnatura, der Haferbrei Basis. Ich glaube, der ist neu. Und zwar ist der mit Dinkel und Erdmannen-Nussmischung. Und Erdmannen sollen ja sehr gesund sein. Und ich weiß jetzt zwar gerade nicht genau wieso, aber die sollen sehr gesund sein. Auf jeden Fall habe ich jetzt einfach den mitgenommen. Und den kann man halt super easy einfach mit ein bisschen Flüssigkeit, mit warmer oder kalter Flüssigkeit anmischen. Und dann irgendwie noch mit Früchten oder so genießen. Und ich bin sehr gespannt, wie der ist, weil ihr wisst ja, ich liebe Frühstück. Und ich bin ein absoluter Brei-Mensch. Also ich liebe so Breisachen und irgendwie, keine Ahnung. Und ja, deswegen freue ich mich da sehr drauf. Und dann habe ich noch Datteln mitgenommen. Für Shakes oder auch fürs Müsli oder für Haferbrei oder so. Und zwar sind es Datteln entsteint. Und ich war dann noch in der Babyabteilung. Und nein, ich habe mir keine Babykekse mitgenommen. Wenn man eines Favoriten-Video gesehen hat, weiß, dass ich Babykekse liebe. Aber ich habe mir eine Erdbeer-Himbeer-Apfel-Frucht-Mischung mitgenommen. Einfach so ein Früchtebrei. Und die sind immer so lecker. Und ja, den habe ich mir auch mitgenommen. Einfach für zwischendurch oder für die Schule oder so. Und das waren alle Sachen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war irgendwas dabei. Sieht jetzt gerade so gar nicht so viel aus. Aber war am Ende echt schon ein bisschen teuer. Ich habe mich echt so... Ich gucke so drauf und ich so, oh scheiße. Hast du jetzt so viel Geld mit dabei? Aber es ging dann noch. Ich freue mich, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!